Ja, da sind wir jetzt wieder nach diesem geilen kurzen Cut. Ich schneide die Folgen direkt zusammen. Wir haben jetzt eine neue Wett gestartet. Ich habe den Server jetzt nochmal fix neu aufgesetzt. Jo, also was heißt fix? Viertelstunde ist relativ fix. Läuft. Fangen wir an. Neues Abenteuer. Staffel 2, Folge 01. Ah, schön. Ah, guck mal hier. Es sind Haufen Jochens. Ah, Algen stimmt ja. Da war ja was. Aua. Mich hat, mich hat dies, ah. Ja, hier, Sharkbox. Komm, komm. Scheiße. Das willst du mich verarschen? Du bist jetzt schon wieder abgenippelt. Das ist der Heide, den ich vor uns geboxt habe. Du bist nicht auf so einer vergangenen Insel hier statt, ne. Ja, du bringst mal das Sägras mit. Ich gehe mal an Land, damit ich diesen bösen... Ah, hier ist der Heide schon wieder. Hau ab! Das gibt's doch nicht. Das brauchst du mal. Komm, na komm. Das kann mir ja in der Weile mal ein bisschen rot sein. Kriegt du eigentlich was von dem Hai, wenn man den mal gekillt hat? Äh, ich hab keine Ahnung. Ich boxe jetzt... Oh, das kill ich keine Heie. Der schwimmt jetzt grad zu dir, glaub ich. Ja, der schwimmt zu dir, wenn du unter Wasser bist. Ich bin nicht unter Wasser. Ja, dann schwimmt der jetzt zu dir. Ich sammle grad Schafe. Was sammelst du ein? Schafe. Unter Wasser. Ne, ich bin auf der anderen Seite schon. Ach so. Was ist die andere Seite? Äh, die andere Seite von der Insel? Ach doch. Ja, ich hab dich gesehen. Hey, ein schwarzes Schaf. Geht doch mal kaputt. Geht doch mal kaputt. Was ist ein Hydra... Was irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist ein... Was war schon bei Hölzer hinten sammeln, ja. Da ist auch ein Pferd. Also es ist eine ganz gute Wahl gewesen, dass wir hier neu angefangen haben. Also bis jetzt hat's auf jeden Fall nicht geruggelt. Musch sonn. Ne, ne, ne. Oh, hier ist ein Pferd. Hier ist ein Pferd. Und da ist Honig. Und da ist noch ein Pferd. Und jihaha. Los jetzt. Los jetzt. Hab mich lieb. Hey. Ich bleib auf dir ohne Sattel. Danke. Oh, jetzt habe ich das Pferd geschlagen. Oh, scheiße, schau mal dran. Ich wollte auch nur dieses Schaf. Komm schon. Jetzt sind auch Esel und so ein Zeug. So ist es, ne? Hier scheint eine gute Ecke zu sein. Ich würde sagen, hier bleibt man. Hier gefällt es mir. Nee, hier will ich nicht bleiben. Warum nicht? Keine Ahnung. Hier gefällt es mir irgendwie nicht. Ja, nur weil ich gesagt habe, hier gefällt es mir. So, das haben wir. Den Block noch. Dann haben wir schon mal ein Baum weniger. Zack. So, kurz ein bisschen grüner Riesentank. Könnte ich den nähsen? Ne. Riesentank könnte man nähsen. Du musstest zuerst verarbeiten. Wie war das? Wie können wir den verarbeiten? Im Eimer. Im Eimer? Wie einen Eimer anordnen. Achso. So. Wie einen Eimer anordnen. Zack. 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 Jetzt habe ich noch zwei übrig. Ich könnte ja noch mal ins Wasser runtergehen. Welches holen? Gut. Ich habe schon mal ein Bett gemacht. Damit wir für die Reise gut gewappnet sind. Ja, warte. Ich mache mir auch gleich noch eins. Weil wir müssen daran denken, das ist immer noch so. So, zweimal weiß und für das Kopfkissen eine schwarze Wolle. Verdammt. Geht nicht. Okay. Okay. Stickys. Acht Stück. Ich mache schon mal gleich mein Holzschwert. Zack. Und... Und... Ein Holzpickaxe. Ich mache ein paar... ein bisschen... ein bisschen... Tanks. Ich sehe ja nichts. Jetzt habe ich mir noch eine Schaufel gemacht. Ich strottel. Ich sehe nichts im Wasser. Ja, ja. Schwüge hinein. Da sehe ich nichts. Fällt aus. Okay. Und noch ein Holzschwert. Warst du auch noch ein Holzschwert? Nee, ich habe eins. Du hast eins. Gut. Dann haben wir alles. So, was? Du siehst nichts rum? Siehst du da nichts? Ich sehe da nicht so, aber... Zu dunkel. Ich sehe was. Ich habe bloß Angst vor den Haien, die da unten rumschwimmen. Ja, ist klar. Ist klar. Ja, komm. Hau ab. Fein, die ziehen auch gleich so viel ab. Ich gehe nicht mehr dort rein. So, wo bist du hin? Ja. Ja, da. Also ich bin jetzt nicht reingegangen, weil die Haie, das ist kotzig. Ich würde sagen, den Bienenstock nehmen wir mit. Ja. Und... Was ist das denn? Was? Los, Janamos. Haben wir den jetzt eingesammelt? Nö. Oh, süß. Können wir dich reiten? Halt die Klappe. Willst du das Pferdefleisch mitnehmen? Gut. Was anderes von dem. So, das Leder. Du wehst den ans Leder sozusagen. Hier ist ein Baumpilz. Kann man den mitnehmen? Oh, da hinten ist noch ein Bienenstock, Alter. Ich habe mal hier flacher Lackbollig mitgenommen, dieser Baumpilz. Wie viel Leder brauchen wir denn? Noch zweimal Leder und ich kann einen Rucksack basteln. Dann kriege ich noch ein paar Pferde. Wie viel Leder brauchen wir für einen Rucksack? Achte. Ja, krieg ich hin. Dann brauchen wir zwei Rucksäcke. Die geben, glaube ich, nichts. Nee, nee, ich habe schon. Ich habe nur siebenmal Leder. Verdammt. Da hinten sind Früchte. Ich habe trotzdem plus siebenmal Leder. Ich habe sechse. Naja, dann haben wir zwei Rucksäcke da drin. Ehen. Ja. Fehlen uns noch. Dreimal Leder. Ja. Das finde ich aber gerade, sehe ich gerade viele Pferde, weil ich glaube, die haben jetzt alle gekillt, ja. Ich bin mal ein bisschen Nutmeat mit. Ich halte nochmal Ausschau nach ein paar Pferden. Was sind das hier? Mach die mal, wenn ich hier ein paar Sepplings abschlagen kann, dann... Mach ich daraus gleich mal ein paar Setzlinge. Achso, die Kleen gaben nichts, hast du ja gesagt. Die brauchst du nicht, nee. Dann lassen wir die mal. Dann kann ich sie schon nochmal vermehren. Prinzessmäßig. Wo waren noch welche? Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwo Pferde gesehen. Oh, ich vergesse das, dass ich hier nicht rennen soll. Das geht mir auf den Sack. Ja, du darfst nicht rennen. Das musst du dir echt abgewöhnen. Kostet extrem viel Hunger. Nein, ich weiß. Ist das Problem. Komm schon, gib doch mal noch so einen Scheiß-Settling her. Nee, sind keine Pferde mehr. Also wir können bloß einen Rucksack machen, was das betrifft. Achso, das ist ein Problem. Und es wird dunkel. Ich brauche schon mal mein Bett hin und leg mich mal rein. Du kannst nur nachts schlafen. Jetzt haben wir nachts. Nee, aber jetzt. Nee, aber jetzt. Nee, aber jetzt. Nee, aber jetzt. 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 Lagst du jetzt auch im Bett? Ja. Alles klar. So, ich habe drei Chestnut-Settslinge gemacht. Hm. Wir haben schon zwei Bienen. Ja. Essen. Essen gefunden. Noch mehr Essen. So, was haben wir hier oben? Sieht aus wie ein Bärenstrauch. Das ist... Das ist... Barry Garden. Wie konnte man? Die Bären pflücken, die Bären. Jetzt mit rechts klick, nehme ich den Strauch. Links klick. Achso, da lösen die sich auf. Alles klar. Ja, ich weiß ja nicht, ob die sich dann hier in Lüfter flösen. Ich habe Adbeeren. Ich nehme immer nur eins mit und die restlichen sammle ich dann, um den kaputt zu machen, ein. Richtig. Ich nehme immer nur so viel mit, wie ich da gerade essen kann. Zum günstigsten. Adbeeren. Schabung. Macher dann gelaufen. Ach, ich bin jetzt schon gewollt, das Hammel rot zu fressen. Was ist denn du? Ich bin immer noch da oben auf dem Berg, wo wir waren. Berg. In der Nähe von der kleinen Insel, wo wir rüber sind. Du bist ja weitergegangen. Ich bin hier, wo wir die Pferde erledigt haben. Ja, du bist ja auch. Ich sammle gerade hier oben Erdbahn ein. Ach, du stehst da. Was ist das auch so schönes? Paradiesvogelblume. Wahnsinn. So, jetzt habe ich sechs Adbeeren und bin satt. Gut. Wir können jetzt weitergehen, wenn du möchtest. Ja. Ich beherrsche mich nicht zu rennen. Ich bin immer gewollt, wenn ich losläufe, immer gleich doppelt wehzudrücken. Das ist furchtbar. So, jetzt sind wir auch noch Adbeeren. Oder sind jetzt schon wieder nachgewachsen? Check an. Weiter. Adbeeren. Mehr weiter. Ich habe das schon wieder aus den Augen verloren. Futter mich. Halt, was hängt denn hier oben? Die Fruchtnehmer. Avocado ist nicht reif. Die ist noch alleine reif. Mitnehmen. Ist nicht reif. Ist egal, abbauen. Ich soll trotzdem eine runter. Dann gleich versuchen, ein Setzling draus zu machen. Hä? Das liegt ja an einem Baum und ich soll da ein Setzling draus machen. Das ist auch eine Baumfrucht gemähnt, ne? Ein Avocado hängt hier dran. Hilf er abbauen. Dauert ne Weile. Ich merke es gerade. Ich sehe es gerade. Hab's da. Dann nimmst du den Setzling von dem Baum aus den Blättern und machst gleich ein Setzling draus. Ein Avocado Setzling. Ich habe gerade den Pio eingesammelt. Pio und Chestnut. Das Setzling brauchst du. Ich habe noch... Ich habe keinen Baumsetzling hier bekommen. Eichensetzlinge habe ich noch. Na dann nehme ich die zwei Avocados bloß mit. Dann machst du das dann. Das sind ja auch noch welche. Oh, Kirschen. Willst du mich verarschen? Geil. Wir haben Kirschen? Kirschen. 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 Was sind das denn für Blumen? Rosen. Boah, wir können eine Obstfantage aufmachen. Richtig. Ist bis jetzt noch alles... Warte, warte. Ich habe dich hier irgendwo in der Nähe gehört. Ist so alles Forest bis jetzt. Ich hatte doch... Ich habe doch gerade hier was abbauen hören. Oder war das ein blödes Schaf, was was gegessen hat? Bist du hier? Ach, hier. Was? Hier. Buntlaubiger, kaukassischer Efeu. Ehe. Ich hatte den weggemacht. Was machst du? Nur jetzt das Setzling holen, oder was? Ja. Ich gebe dir mal die zwei Avocados. Sind vor dir. Ah. Hast du eingesammelt. So. Ist jetzt haben wir gut für Forest. Haben wir da gut... Vorgesorgt. Ah, da oben ist hier schon mal der Schnee auf dem Berg. Das sieht auch schön aus, ja. Ach so. Wolltest du nicht so ein Holz für diesen rosanen Baum haben? Oder besser so ein Setzling? Was ist denn das? Was ist denn das? Hier sieht es aus. Ist das Salz? Ich glaube, ich habe da unten Salz gefunden. Speckstein. Speckstein. Aha. Ist ja putzig. Da lässt sich, glaube ich, nicht umwandeln. Ne, aber... Äh... Speckstein, Pflasterstein habe ich rausbekommen. Da kann man doch bestimmt auch Stein... Zeug machen. Pflasterstein fallen? Ich dachte ja, ne. Ja, ja. Da lässt Pflasterstein fallen. Speckstein, Pflasterstein steht da. Ist ja cool. Ich brauche viel mehr Setzlinge. Ne, hier ist dunkel. Da will ich schnell reingehen. Da kommt mir dann was Böses entgegen. Ich habe keine Lust. Was haben wir denn hier? Speckstein, Steinkohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich schaue sogar so einen Typen. So, mal ein bisschen Speckstein abbauen hier. Dann haben wir das dann gleich drin. Nehmen wir mal nebenbei Apple Holz ein. Hm. Wie viel habe ich denn jetzt? 35 Speckstein. 37 Speckstein reicht. 36. Mehr brauche ich jetzt eigentlich erst mal nicht sammeln. Ah, langt ja auch schon mal zu. So, ich komme nochmal hoch. Ich habe hier doch irgendwo deinen Namen aufblitzen sehen. Wo bist du denn noch da oben? So, ich hatte hier die Werkbank stehen. Ich habe hier, was ist denn das? Vanille-Blatt. Ich habe ein Vanille-Blatt. Wie ich auch immer dazu komme. Das habe ich gerade verhindern lassen. Ach so. Jepp, du kannst daraus Steinspitzhacke machen. Brauchst du eine Steinspitzhacke? Wäre nicht schlecht, ja. Dann, ach so, ich brauche Holz. Ich habe hier keinen. Das waren jetzt meine letzten Stickies. Warte, ich habe hier noch drei Holz. Aus denen kann ich noch Stickies machen. So. Danke. So, da hast du eine. Ich habe jetzt eine. Dann habe ich noch eine zweite. Und du hast noch eine zweite. Jetzt machen wir noch zwei extra jeweils. Zack und zack. Ein Inventar ist voll. Dann musst du das Holzzeug wegschmeißen. Oder soll ich erst mal einen Ofen bauen? Ich brauche erst mal einen Ofen. Gib mir noch zwei Leder. Mach ich mal einen Rucksack und du mal die ganzen Setzlinge rein. Ich muss schon mal das konnte ich die Gelumpe rein tun. Du hast zwei Äxte oder hast du gar keine Axt von mir bekommen? Gar keine. So, dann hast du erst. Aber bloß ein Holzschwert. Dann hast du hier schon mal eins. Und ich habe auch eins. Halt, bleib hier. Das weg, das weg. So, Steinschwert hast du jetzt auch eins, ne? Ja. So, jetzt kann ich noch... Zwei Äxte kann ich noch machen. Da hast du dann noch eine. Und ich habe noch eine. So. Zack. Einen großen Holzlöffel behalte ich einen. Da haben wir das. Da könnte ich jetzt eigentlich rein theoretisch nochmal Stein abbauen gehen. Oder brauchen wir noch was? Ich muss erst mal pennen. Oder mich dunkel. Wenn ihr seht, kann man noch einen Stein abbauen. Klar. Dann wird leider noch was haben. So, ich habe mich auch eingelegt. So. Also, hast du hier noch Holzzeug? Dann steckst du es in den Ofen. Machst das eine Hühnchen noch fertig. Die anderen zwei kannst du ja noch mitnehmen. Dann geh ich noch mal Stein holen. Das war jetzt hier unten. Pass auf Creeper. Was macht dich kaputt, Junge? Äh, Creeper. Zombie. So. Was ist das denn jetzt am Krieg hier? Haben wir auch noch eine Eiche? Eiche. Eiche. Ich höre das Springen von Schleim, wenn es mich jetzt nicht irrt. Aber ich sehe es nicht. Mitnehmen, mitnehmen. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. So, dann machen wir alles zusätzlich. Ich mache aber alles hier zusätzlich, ne? Ich weiß nicht, wenn ich das immer hier höre. Na, ich höre immer Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best. Du solltest zum Arzt gehen. Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best, Dr. Best. Kann nicht gesund sein, Junge. Oh, ich habe schon einen ganzen Sack voll Stein. Dann brauchst du den Rest eigentlich, ne? Aha, hier ist so dunkel. Dann haben wir ein paar Leaves mit. So, ich komme wieder hoch. Beliefs. Beliefes. So. Was brauchen wir noch? Ich mache jetzt noch zwei Schwerter. Für dich eins und für mich eins nochmal. Ja. Geht ihr da zwei dann? Wir haben sechs Kirschbäume. Stell dich mal bitte vor mir. Und jetzt habe ich es wieder. Ach, leck mich doch unten. So. Jetzt nochmal da. Liegt da vorne. Das Schwert. Am Tisch. Hast du es? Ja. So, was brauchen wir noch? Eine Schaufel, ja? Steinschaufeln. Da machst du auch für jeden plus eine. Ja, reicht. So, da eine und ich eine. So. Gut. Und den Rest nehme ich mit. Das da, das da. Da hast du noch eins. Ich werde das letzte Mal anzünden nehmen. Klotter. Zack, ist die Kohle weg. Habt ihr es gesehen? Ruck, zuck, zack. Kohle weg. Äh, ich, 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 ich gehe auf. Ich war ja blöde. Echt. Dafür nehme ich mir das jetzt auch. Hallo, Mann, ich habe nichts zu essen. Aber ich habe noch drei Hinschen. Toll, Hinschen alle. Ja, meint es auch alle. Ich habe dir doch das Ding wiedergegeben. Ich gehe jetzt Schafe killen. Mäh. Der Mäh schlechter. Komm. Ja, toll. Ein einziges Schaf. Da ist noch Huhn. Ein Huhn. Das ist kein Einhorn, sondern ein Huhn. Oh, echt. Mehr gibt es hier nicht. Alles schon abgegrast. Gebt mir euer Fleisch. Gebt mir euer Fleisch. Ich habe hier noch drei, drei hier Hähnchen gedöhnt. Äh, äh. Schaf gedöhnt. Hast du schon abgebaut, den Ofen? Gut. Hier ist auch noch ein Schaf. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Hallo, Schaf. Ich komme nicht durch. Bleib hier. Ach nee, du fällst da runter. Ich sehe schon kommen. Ich nehme dir wohl Grünzeug mit. Das hast du am schnellsten eingesammelt. Ich finde hier gerade kein Grünzeug. Das kriegst du, das wird dir auch mal unterwegs. Kriegst du das einfach mal so. Hm. Zugeschissen, was du mit dem Glömer. So, ich lüfte jetzt einfach nachher. Das ist ein Schmetterlingsfleder. Das ist cool. Das ist ein Schmetterlingsfleder. Schwertblume. Das ist so für seltsame Blumenwachsen. Das ist ja komisch. Da ist Kohle. Ach, die? Die Kohle, die ist gut zum Heizen. Inge Pflanze. Brauch keine Sau. Das andere ist ja Buschorangeidee, effektisch. Was soll die? Die soll dich begonnen. Ich habe eine Orangeidee. Achso. Brauch keine Sau. Ich bin Thomas denn überhaupt. So, wir können übrigens noch gleich bald Schluss machen. Was hast du jetzt gemacht? Auf mein Handy geguckt. Ob ich eine Nachricht bekommen habe, dass ich einmal nicht mal aufhören muss. Wenn du verstehst, was ich meine. Achso. Verstehe, verstehe. Bäh, bäh. Da ist noch Kohle. Kohle nehme ich mit noch. Die kann sich ja nicht so rumkammeln. Zack. Zack. So, Level 4. Wahnsinn. Kann ich verzaubern. Was ist denn bloß noch ein Zaubertisch? Rucksack hattest du gehabt, ne? Ja. Wo bist du jetzt da hin? Ach, du bist da oben. Ah, ich dachte, ich geht's. Mäh. Wenn ihr mich so anschreit, na. Könnt ihr euch so anstellen. Danke. Okay. So. Wo gehen wir hin? Nachdem ich erstmal ein Paradelein gefuttert habe. Auf jeden Fall auf den Berg hier. So viel Energie. Wo sollen wir gehen den Berg entlang? Naja, du gehst vor. Ist das schwierig, gerade mir irgendwo runterfallen. Ich sehe, dass du einfach vor mir verschwindest. Dann weiß ich, da geht's tief runter. Clevere Strategie. Wollte ich vielleicht auch mal probieren. Was haben wir hier? Da im Wald ein Röslein stehen. Geh doch mal rüber. Stehst voll auf dem Röslein. James Mason. Große. Große Blü. Oh. Ein Unfall. Döns. Aber. Aber. Strawberries. Strawberries? Warum kann ich hier? Warum kann ich keine Erdmann einsamen? Die sind noch nicht reif genug. Was ist denn jetzt los? Teil überschreit. Verbindung unterbrochen. Was? Ist denn... Was soll denn das jetzt? Oh. So. Wir tun mal kurz hier aktualisieren. Zeitüberschreitung. Was ist denn? Was wird denn mit einer Zeitüberschreitung? Ich auch schon mal. Ich schaff' den Sauber. Aktualisieren. Aber ich komme auch gleich wieder drauf. Da hat man mal ganz kurz die ganzen Schafe gesehen. Ich gucke mal kurz in die Konsole rein. Konsole sagt nein. So. Wo sind wir? Wir sind wirklich an der Stelle. Das ist gut. Das hat er schon mal gespeichert. So. Entity Player Mindshade. Nee. Send Markers to Player Mindshade. Nee. Send Custom B. Nee. Attempting Connection. Nee. Ich will den Baum noch mal abbauen. Ich krieg den Griezer. Dann liegt es aber nicht bei mir. Das muss ich dann... Keine Überschreitung. Ja, ich seh's gerade. Wir müssen dann hier erstmal einen Cut machen. Ja, dann war's das. So machen wir dann erstmal nächste Woche wieder weiter an der Stelle. Ich glaube nicht darum, dass der Server ordentlich läuft. Wir haben noch leichte Problemchen, aber die kriegen wir noch... Du musst ans Mikro. Du musst ans Mikro, wenn man dich verstehen will. Tut mir leid. Wir haben noch leichte Problemchen mit dem Server, aber das kriegen wir noch an den Griff. Genau. Bis nächste Woche, denk ich. Denk ich auch. Wobei, nächste Woche, wie ist gar nicht... Da haben wir kaum Zeit, denk ich. Wieso? Was ist nächste Woche? Erster bis 12.10 Uhr. Erster bis 12.10 Uhr. Ah! Invedur. 12.10 Uhr. Invedur, ach genau. Erster und 12. Alles klar. Ja, siehst du, ich hätte schon wieder verdrängt. Ja, so bin ich halt nochmal. Alles klar. Ich glaube, ich sage, brauchst du das erstmal für heute. Genau. Bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Amen. 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 Amen.